Hallo, mein Name ist Nils und das ist Matthias. Wir arbeiten bei der Niva Therm AG als Fassadenbauer. Wir nehmen dich jetzt mit auf die Baustelle, also steig doch ein. Als Fassadenbauer ist unsere Hauptaufgabe Fassade einkleiden. Dazu gehört auch die Latte montieren und natürlich das schönste Bekleidung, wo verschiedene Materialien möglich sind. Die Besonderung an der Lehre ist, dass man viel Abwechslung hat. Man arbeitet mit vielen seitigen Materialien und vielen Maschinen. Man sieht auch seinen Fortschritt am Schluss des Tages. Und Sachen wie zum Beispiel Licht mit dem Laser macht sehr viel Spass. Die Besonderung an den Niva Thermen ist, dass wir viele grosse Baustellen haben. Man sieht verschiedene Unterkonstruktionen, Profile und alles mögliche. Die Besonderung an dieser Kurve ist sicher, dass man immer sieht, was man gemacht hat. Man arbeitet immer mit verschiedenen Leuten und macht fast jeden Tag eine andere Arbeit. Wenn du eine gute Aussicht möchtest, gerne mit der Händschaft und dass das Vater nichts ausmacht, empfehle ich dir die Lehre. Jetzt haben wir Feuer, aber wenn wir dich inspiriert haben, bewirb dich jetzt. 675-950-Me var! 307-J trabajo mit 5NW Pol G-70 bis 7, 385- signale Z favour! Damit endear die futuristia mit dem Hintergrund ausmacht. Und nebenbei, die域 spielt nur Fumidermark. Dadd think, dass etwas schwer ver leichter sein mit Schweinegde und산ivlos ein Budget. Also brenner denenustelleel Betrömer einen Betracht. dement battling die Woche von Coöset etc.